Erebos von Ursula Posnansky Gelesen von Alexander Wilk Ein Köder muss schön sein, damit die Beute den Haken erst bemerkt, wenn er tief im Fleisch sitzt. Meine Beute. Fast möchte ich sie umarmen, ohne sie zu kennen. In gewisser Weise werde ich das tun. Wir werden eins sein in meinem Geist. Ich muss die Dunkelheit nicht suchen, sie ist immer um mich. Ich verströme sie wie meinen Atem, wie die Ausdünstungen meines Körpers. Mittlerweile meidet man mich. Das ist gut. Sie alle schleichen um mich herum, wispernd, unbehaglich, angstvoll. Sie denken, es ist der Gestank, der sie fernhält. Doch ich weiß, es ist die Dunkelheit. Kapitel 1 Schon zehn Minuten nach drei und noch keine Spur von Colin. Nick ließ den Basketball auf dem Asphalt aufschlagen, fing ihn einmal mit der rechten, dann mit der linken, dann wieder mit der rechten Hand auf. Ein kurzes, singendes Dröhnen bei jeder Bodenberührung. Er bemühte sich, den Rhythmus zu halten. Noch 20 Mal. Wenn Colin dann nicht hier war, würde Nick allein zum Training gehen. 5 Es sah Colin nicht ähnlich, ohne Erklärung wegzubleiben. Er wusste genau, wie schnell man aus Trainer Bethany's Team flog. Colins Handy war auch nicht an. Er hatte garantiert wieder vergessen, den Akku zu laden. 11 Aber dass er auch noch Basketball vergaß, seine Kumpels, sein Team. 18 19 20 Kein Colin Nick seufzte und klemmte sich den Basketball unter den Armen. Auch gut, dann würden die meisten Körbe heute endlich mal auf sein eigenes Konto gehen. Das Training war hammerhart und Nick nach zwei Stunden Schweiß gebadet. Mit schmerzenden Beinen humpelte er unter die Dusche, stellte sich in den heißen Wasserstrahl und schloss die Augen. Colin war nicht mehr aufgetaucht und Bethany war wie erwartet ausgeflippt. Seinen Ärger hatte er zur Gänze an Nick ausgelassen, als sei der Schuld an Colins fernbleiben. Nick verteilte Shampoo auf seinem Kopf und wusch sich sein, in Trainer Bethany's Augen viel zu langes Haar, das er anschließend mit einem ausgeleierten Gummiring zu einem Zopf zusammenband. Er war der Letzte, der die Sporthalle verließ. Draußen wurde es bereits dunkel. Während er die Rolltreppe zur U-Bahn hinunterfuhr, holte Nick sein Handy aus der Tasche und drückte die Kurzwahl, unter der er Collins Nummer eingespeichert hatte. Nach dem zweiten Leuten sprang die Mailbox an und Nick legte auf, ohne eine Nachricht hinterlassen zu haben. Mom lag auf der Couch, schloss eine ihrer Frisuren Fachzeitschriften und sah gleichzeitig fern. »Heut gibt's nur Hot Dogs«, erklärte sie, kaum dass Nick die Tür hinter sich geschlossen hatte. »Ich bin total erledigt. Kannst du mir ein Aspirin aus der Küche bringen?« Nick ließ seine Sporttasche in die Ecke fallen und warf eine Aspirin-plus-C-Tablette in ein Glas mit Wasser. »Hot Dogs«, toll. Er war am Verhungern. »Ist Dad nicht zu Hause?« »Nein, er kommt später. Ein Kollege hat Geburtstag.« Ohne viel Hoffnung scannte Nick den Kühlschrank auf etwas Erfreulicheres als Würstchen. Die Pizzareste von gestern zum Beispiel. Wurde aber nicht fündig. »Was sagst du denn zu der Sache mit Sam Lawrence?« rief Mom aus dem Wohnzimmer. »Wahnsinn, oder?« »Sam Lawrence?« Der Name kam ihm bekannt vor, aber er konnte kein Gesicht damit verbinden. Wenn er so müde war wie heute, gingen ihm die verschlüsselten Nachrichten seiner Mutter gehörig auf die Nerven. Er servierte ihr den gewünschten Antikopfschmerz-Cocktail und überlegte, ob er nicht auch eine Tablette einwerfen sollte. »Wart ihr dabei, als sie ihn geholt haben? Mrs. Jillinger hat mir die Geschichte heute erzählt, während ich ihr die Strähnchen gefärbt habe. Sie arbeitet in der gleichen Firma wie Sams Mutter.« »Hilf mir auf die Sprünge. Sam Lawrence geht auf meine Schule?« Mom beäugte ihn missbilligend. »Na sicher! Nur zwei Jahre unter dir. Wurde jetzt vom Unterricht suspendiert. Hast du die ganze Aufregung nicht mitbekommen?« Nein, das hatte Nick nicht. Aber seine Mutter setzte ihn gerne und ausführlich ins Bild. »Sie haben Waffen bei ihm im Sprint gefunden. Waffen! Angeblich war es eine Pistole und zwei Springmesser. Wo hat ein 15-Jähriger eine Pistole her? Kannst du mir das verraten?« »Nein«, sagte Nick wahrheitsgemäß. Ihm war der ganze Skandal, wie seine Mutter es nannte, entgangen. Er dachte an die Amokläufe an amerikanischen Schulen und schüttelte sich unwillkürlich. »Gab es wirklich so kranke Typen bei Ihnen?« Es juckte ihn in den Fingern, Colin anzurufen. Der wusste vielleicht mehr darüber. Aber Colin hob ja nicht ab, der faules Sack. War vielleicht besser, denn wahrscheinlich übertrieb man mal wieder gehörig und dieser Sam Lawrence hatte bloß eine Wasserpistole und ein Taschenmesser dabei gehabt. »Es ist schon schlimm, was alles schiefgehen kann, während die Kinder groß werden«, sagte seine Mutter und sah ihn dabei mit diesem Blick an, der »Mein Schnuckelhase« sagte. »Mein Kleiner, mein Baby, du würdest sowas doch nie tun.« Es war dieser Ausdruck, der Nick immer wieder überlegen ließ, ob er vielleicht doch zu seinem Bruder ziehen sollte. »Warst du krank gestern? Bethany hat vielleicht geflucht.« »Nein, alles okay.« Collins gerötete Augen fixierten die Wand des Schulkorridors neben Nicks Kopf. »Sicher? Du siehst scheiße aus.« »Sicher. Hab bloß nicht viel geschlafen letzte Nacht.« Ganz kurz streifte Collins Blick Nicks Gesicht, um sich dann wieder beharrlich an die Wand zu heften. Nick unterdrückte ein Schnauben. Wenig Schlaf hatte Colin noch nie was ausgemacht. »Warst du unterwegs?« Colin schüttelte den Kopf, seine Rasterlocken schwangen hin und her. »Gut, aber falls es dein Dad ist, der mal wieder...« »Es ist nicht mein Dad, okay?« Colin drückte sich an Nick vorbei und ging ins Klassenzimmer, setzte sich aber nicht an seinen Platz, sondern schlenderte hinüber zu Dan und Alex, die am Fenster standen, total vertieft in ihr Gespräch. »Dan und Alex?« Nick blinzelte ungläubig. Die beiden waren so uncool, dass Colin sie immer nur die Häkelschwester nannte. Häkelschwester 1, Dan, war deutlich zu kurz geraten und man hatte den Eindruck, er versuchte das durch einen besonders fetten Hintern wegzumachen, an dem er sich gerne kratzte. Bei Häkelschwester 2, Alex, wechselte, kaum dass man ihn ansprach, die Gesichtsfarbe in rekordverdächtiger Geschwindigkeit vom Stubenhocker weiß zu Stoppschild rot. Jedes Mal. Hatte Colin vor, sich bei den beiden als Häkelschwester Nummer 3 zu bewerben? »Das kapier ich nicht«, murmelte Nick. »Selbstgespräche?« Hinter ihm war Jamie aufgetaucht, patschte ihm mit der Hand auf die Schulter und ließ seine zerfledderte Tasche quer durch den Klassenraum schlittern. Er grinste Nick an und zeigte dabei eine Reihe der schiefsten Zähne, die an der Schule zu finden waren. »Selbstgespräche sind ein schlechtes Zeichen. Eins der ersten Anzeichen für Schizophrenie. Hörst du auch schon Stimmen?« »Quatsch«, Nick versetzte Jamie an den freundschaftlichen Rempler. »Aber Colin verbrüdert sich mit den Häkelschwestern.« Er sah noch einmal hin und stutzte. »Halt, da war keine Verbrüderung im Gange, sondern eine Unterwerfung.« Colin hatte einen noch nie dagewesenen, flehenden Gesichtsausdruck aufgesetzt. Unwillkürlich ging Nick ein paar Schritte näher. »Versteh nicht, was dabei ist, wenn du mir ein paar Tipps gibst«, hörte er seinen Freund sagen. »Das geht nicht. Stell dich nicht so an. Du weißt es selbst«, sagte Dan und verschränkte die Arme vor seinem Hängebauch. Auf der Krawatte seiner Schuluniform klebte ein Dotterrest von seinem Frühstücksei. »Hey, komm, nix Großartiges. Und ich verpfeife dich auch nicht.« Während Alex zweifelnd zu Dan blickte, stand diesem die Freude an der Situation deutlich ins Gesicht geschrieben. »Fergiss es! Bist doch sonst so großkotzig. Sieh selbst zu, wie du da rauskommst.« »Wenigstens...« »Nein, halt endlich die Klappe, Colin!« »Gleich.« »Gleich würde Colin Dan an den Schultern nehmen und ihn quer über den Gang segeln lassen.« »Gleich.« Doch Colin senkte nur den Kopf und betrachtete seine Schuhspitzen. Da war etwas faul. Nick schlenderte in Richtung Fenster und gesellte sich zu der Dreiergruppe dazu. »Na, wie läuft's bei euch?« »Brauchst du irgendwas?« fragte Dan angriffslustig. Nick sah zwischen ihm und den anderen beiden hin und her. »Nicht von dir,« antwortete er, »nur von Colin.« »Bist du blind? Er unterhält sich gerade.« Nun blieb Nick doch die Luft weg. Wie redete der mit ihm? »Ach wirklich, Dan,« sagte er langsam, »worüber könnte er sich denn mit dir unterhalten, hm? Über Häkelmuster?« Colin warf ihm einen hastigen Blick aus seinen schwarzen Augen zu, sagte aber kein Wort. Wäre seine Haut nicht so dunkel gewesen, Nick hätte schwören können, dass er rot angelaufen war. »Das durfte doch nicht wahr sein. Hatte Colin Dreck am Stecken und Dan wusste davon? Erpresste er ihn?« »Colin«, sagte Nick laut, »Jamie und ich treffen uns nach der Schule mit ein paar Leuten am Campton Lock. Bist du dabei?« Es dauerte lange, bis Colin antwortete. »Weiß noch nicht«, sagte er, »den Blick angestrengt aus dem Fenster gerichtet.« »Rechnet besser mal nicht mit mir.« Dan und Alex wechselten einen vielsagenden Blick, der Nicks Magengrube nervös kribbeln ließ. »Worum geht's denn hier eigentlich?« Er nahm seinen Freund bei der Schulter. »Colin, hey, was ist los?« Es war Dan, der lächerliche Klops, der Nicks Hand von Collins Schulter nahm. »Nichts, das dich was angeht. Nichts, wovon du was verstehst.« Um halb sechs war die Northern Line voll bis auf den letzten Stehplatz. Nick und Jamie auf dem Weg ins Kino standen eingequetscht zwischen müden, schwitzenden Menschen. Immerhin ragte Nick über die Masse hinaus und bekam unverbrauchte Luft, während Jamie rettungslos zwischen zwei Anzugträgern und einer großbusigen Matrone eingekeilt war. »Und ich sage dir, da stimmt was nicht«, beharrte Nick. »Dan hat Colin behandelt wie ein Laufburschen und mich wie ein Kleinkind. Das nächste Mal«, Nick hielt inne, »was würde er das nächste Mal tun?« »Dan eins auf die Nase hauen?« »Das nächste Mal zeige ich ihm, wo es lang geht«, beendete er den Satz. Jamie zuckte mit seiner Schulter. Für mehr Bewegungen war kein Platz. »Ich glaub, du redest dir da was ein«, sagte er gleichmütig. »Vielleicht hofft Colin, dass Dan ihm in Spanisch hilft. Er gibt vielen Leuten Nachhilfe.« »Nee, das war's nicht. Du hättest sie hören sollen.« »Dann hackt er vielleicht was aus.« Jamies Grinsen dehnte sich weiter, bis an die Backenzähne. »Er verarscht die beiden, verstehst du? So wie damals, als er Alex eingeredet hat, dass Michelle auf ihn steht. Das war Spaß für Wochen.« Wieder Willen musste Nick lachen. Colin war so überzeugend gewesen, dass Alex die schüchterne Michelle regelrecht verfolgt hatte. Natürlich flog die Sache auf und Alex gelang für ein paar Tage lang der Farbwechsel nicht mehr. Er blieb durchgehend knallrot. »Das ist zwei Jahre her, da waren wir gerade mal 14,« sagte Nick. »Und es war ein kindischer Schwachsinn.« Die Waggon-Türen glitten auf, ein paar Leute stiegen aus, ungleich mehr drängelten herein. Eine junge Frau mit hohen Absätzen trat Nick mit ihrem vollen Gewicht auf den Fuß und der Schmerz vertrieb für die nächsten Minuten jeden Gedanken an Collins seltsames Verhalten. Erst später, als sie im dunklen Kinosaal saßen und Werbespots über die riesige Leinwand liefen, hatte Nick wieder das Bild von Colin an der Seite der beiden Freaks vor Augen. Alex eifrig leuchtender Blick, Dans überlegenes Grinsen, Collins Verlegenheit. Da ging es nicht um Nachhilfe. Nie im Leben. Das ganze Wochenende über war von Colin nichts zu sehen und zu hören. Und auch am Montag sprach er mit Nick nur das Nötigste. Immer schien er auf dem Sprung zu sein. In einer der Pausen beobachtete Nick ihn dabei, wie er Jerome etwas zusteckte. Etwas Dünnes aus spiegelndem Plastik. Jerome sah milde interessiert aus, während Colin auf ihn einredete, dabei hektisch gestikulierte und sich dann wieder davonmachte. »Hey, Jerome!« Nick ging auf ihn zu, betont gut gelaunt. »Sag mal, was hat Colin dir da gerade gegeben? Schulterzucken. »Nix Besonderes. Zeig doch mal her!« Einen Moment lang sah es so aus, als wollte Jerome in seine Jackentasche greifen, bevor er sich eines Besseren besann. »Wieso interessiert dich das?« »Nur so. Reine Neugier.« »Es ist nix Wichtiges. Und überhaupt, frag doch Colin.« Damit drehte Jerome sich um und gesellte sich zu ein paar Leuten, die eben die aktuellen Fußballergebnisse diskutierten. Nick holte seine Engelsbücher aus dem Spind und schlenderte in die Klasse, wo sein Blick wie immer zuerst an Emily hängen blieb. Sie zeichnete, konzentriert und mit gesenktem Kopf. Ihr dunkles Haar hing bis aufs Papier hinunter. Er riss sich von dem Anblick los und steuerte auf Collins Pult zu. Doch dort thronte Häkelschwester Alex. Er und Colin steckten die Köpfe zusammen und flüsterten. »Du kannst mich mal«, murmelte Nick düster. Am nächsten Tag kam Colin nicht zur Schule. »Da kann alles Mögliche im Busch sein. Hey, normalerweise bin doch ich der Misstrauische von uns beiden.« Jamie knallte wie zur Bekräftigung die Tür seines Spindes zu. »Hast du dir schon überlegt, ob Colin vielleicht verknallt ist?« »Da fangen die meisten an zu spinnen.« Jamie verdrehte die Augen. »In Gloria zum Beispiel. Wer weiß. Oder in Bryn.« »Nein, die schmachtet ja bloß nach dir, Nick, alter Frauenheld.« Nick hörte nur mit halbem Ohr hin, denn ein Stück den Gang entlang vor den Toiletten standen zwei Jungs aus der siebten. Dennis und... einer, dessen Name Nick Partou nicht einfiel. Jedenfalls redete Dennis hektisch auf den anderen ein, wobei er ihm etwas unter die Nase hielt, ein schmales, quadratisches Päckchen. Der Anblick kam nix sehr bekannt vor. Der andere grinste und ließ das Ding betont unauffällig in seiner Tasche verschwinden. »Vielleicht ist Colin auch in die süße Emily Carver verschossen,« mutmaßte Jamie munter weiter. »An der beißt er sich die Zähne aus. Da wäre seine Laune kein Wunder. Oder aber in unser aller Liebling, Helen.« Jamie klapste dem fülligen Mädchen, das sich eben an ihm vorbei in die Klasse zwängen wollte, kräftig aufs Hinterteil. Helen fuhr herum und versetzte ihm einen Stoß, der ihn über den halben Korridor beförderte. »Finger weg, Arschloch!« zischte sie. Nach der ersten Schrecksekunde hatte Jamie sich schnell wieder im Griff. »Aber ja, obwohl es mir bei deinem Anblick echt schwer fällt. Ich stehe wie verrückt auf Pickel und Fettschwerten.« »Lass sie in Ruhe,« sagte Nick. Jamie sah verblüfft aus. »Was ist denn mit dir los? Bist du seit neuestem bei Greenpeace? Rettet die Walrosse und so?« Nick antwortete nicht. Jamies Witze auf Helens Kosten hinterließen bei ihm immer das Gefühl, jemand schüsse mit Feuerwerkskörpern auf Benzinkanister. Im Fernsehen liefen die Simpsons. Nick saß in seiner Jogginghose auf der Couch und löffelte lauwarme Ravioli aus der Dose. Mom war noch nicht da. Sie musste es eilig gehabt und wieder mal schlampig gepackt haben, denn die Hälfte ihrer Werkzeugkiste lag verstreut auf dem Wohnzimmerboden. Nick war beim Reinkommen auf den Lockenwickler getreten und hätte sich fast der Länge nach hingelegt. Chaos, Mom. Dad schnarchte im Schlafzimmer und hatte das »Bitte nicht stören!« »Schlafe auf Vorratsschild« an die Tür gehängt. Die Ravioli-Dose war leer und Homer fuhr eben sein Auto gegen einen Baum. Nick gähnte. Die Folge kannte er schon. Außerdem musste er sowieso gleich zum Basketballtraining. Ohne große Begeisterung packte er seine Sachen zusammen. Vielleicht tauchte wenigstens Colin heute auf, nachdem er schon das letzte Training verpasst hatte. Ihn anzurufen und zu erinnern konnte jedenfalls nicht schaden. Nick versuchte es dreimal, doch es meldete sich nur die Mailbox und die hörte Colin bekanntermaßen nur alle Schaltjahre ab. »Wer das Spiel nicht ernst nimmt, hat in der Mannschaft nichts zu suchen!« Bethanys Gebrüll füllte mühelos die Sporthalle. Die Mitglieder des deutlich dezimierten Teams starrten betreten auf ihre Schuhe. Bethany schrie die Falschen an. Immerhin waren sie zum Training erschienen. Aber sie waren acht statt siebzehn. Mit acht Spielern konnte man keine Zweimannschaften bilden. An Spielerwechsel brauchte man nicht einmal zu denken. Colin war natürlich nicht gekommen. Aber auch Jerome fehlte. Merkwürdig. »Was ist los mit diesen Versagern? Sind sie alle krank? Grassiert in der Gegend gerade die akute Hirnerweichung?« »Bald würde Bethany heiser sein,« hoffte Nick. »Wenn der jetzt immer so mies drauf ist, bleibe ich das nächste Mal auch zu Hause,« murmelte er und durfte zur Belohnung 25 Liegestütze machen. Auf dem Weg nach Hause rief Nick noch zweimal bei Colin an, ohne Erfolg. Verdammt! Warum war er eigentlich so unruhig? Nur weil Colin sich bescheuert benahm? »Nein«, befand er nach kurzem Nachdenken. Bescheuert wäre okay gewesen. Aber wie es aussah, hatte Colin Nick von einem Tag auf den anderen völlig aus seinem Leben gestrichen. Da musste er ihm zumindest erklären, warum. Zu Hause angelangt lief er in sein Zimmer und warf sich in den wackeligen Drehstuhl vor dem Schreibtisch. Er fuhr den Computer hoch und öffnete sein Mailprogramm. Von Nick Dunmore Nick1803 at aon.co.uk An Colin Harris Colin.harris at hotmail.com Betreff »Alles okay bei dir?« »Hey Alter, bist du krank oder was stimmt nicht? Habe ich dich beleidigt oder so?« »Wenn ja, war es keine Absicht.« »Und sag mal, was ist zwischen dir und Dan?« »Der Typ ist echt seltsam, da waren wir uns doch einig.« »Bist du morgen wieder in der Schule?« »Wenn es Probleme gibt, lass uns drüber reden.« »See you, Nick.« Er klickte auf »Senden«. Dann öffnete er seinen Browser und ging in den Chat des Basketball-Vereins. Aber niemand war da. Also surfte er hinüber zu DeviantArt. Zu Emily. Er sah nach, ob sie einen neuen Manga oder ein Gedicht auf die Webseite gestellt hatte. Sie war unglaublich begabt. Heute fand er zwei neue Skizzen, die er auf seiner Festplatte speicherte und einen kurzen Blog-Eintrag. Vor dem Lesen zögerte er. Er musste jedes Mal eine unsichtbare Schranke überwinden, denn er wusste, das hier war nicht für ihn bestimmt. Emily hatte sich bemüht, anonym zu bleiben. Aber sie hatte geschwätzige Freundinnen. Er schüttelte den Gedanken ab. Hier, auf dieser Seite, war er ihr nah. Als ob er sie im Dunkeln berühren würde. In ihrem Blog schrieb Emily, dass ihr Kopf sich leer anfühle. Sie wünschte sich hinaus aufs Land, weg von diesem riesigen Moloch London. Nick empfand ihre Worte wie Stiche. Es war undenkbar, dass Emily seine Stadt und sein Leben verließ. Er las den Eintrag dreimal, bevor er die Seite zuklickte. Noch einmal E-Mails checken. Kein Wort von Colin. Auch kein neuer Tweet. Seit Tagen schon nichts. Nick seufzte, knallte die Maus etwas härter als nötig auf den Schreibtisch und fuhr seine Kiste runter. Chemie war eine Strafe des Schicksals. Mit wachsender Verzweiflung hing Nick über seinem Buch und versuchte, die Aufgabe zu kapieren, die Mrs. Genter ihnen für diese Stunde aufs Auge gedrückt hatte. Wenn wenigstens ein C am Ende des Jahres genügt hätte. Aber unter einem B ging gar nichts und eigentlich müsste es ein A werden. Medizinunis nahmen keine Chemie-Nieten auf. Er blickte hoch. Vor ihm saß Emily. Ihr dunkler Zopf fiel ihr über den Rücken. Keiner dieser schmalen Elfenrücken, sondern einer, den man das Schwimmtraining ansah. Ebenso wie ihren Beinen, die lang waren. Und sehnig und... Er schüttelte den Kopf, wie um seine Gedanken an den richtigen Platz zurückzuzwingen. Verdammt! Wie viel Mohl waren noch mal 19 Gramm CH4? Viel zu schnell läutete es zum Ende der Stunde. Als einer der Letzten gab Nick sein Blatt ab, überzeugt davon, dass Mrs. Genter nicht erfreut sein würde. Emily war schon gegangen. Nick hielt automatisch nach ihr Ausschau und entdeckte sie tatsächlich nur wenige Meter den Gang entlang. Sie redete mit Rashid, dessen enorme Nase einen schnabelartigen Schatten an die Wand warf. Nick schlenderte ein paar Schritte näher, tat so, als würde er etwas in seiner Mappe suchen. Du darfst es keinem sagen, verstehst du? Rashid hielt Emily etwas entgegen, ein flaches Päckchen in Zeitungspapier eingeschlagen. Quadratisch, schon wieder. Das ist wichtig. Du wirst staunen, es ist einfach der Hammer. Die Skepsis in Emelies Gesicht sprach Bände. Ich hab keine Zeit für solche Spinnereien. Nick blieb ein Stück abseits stehen und studierte angestrengt die Anschlagtafel des Schachclubs. Keine Zeit? So ein Quatsch? Probier's! Hier! Ein Seitenblick verriet Nick, dass Rashid Emily sein Zeitungspäckchen entgegenhielt. Doch sie nahm es nicht. Sie machte einen Schritt zurück, schüttelte den Kopf und ging. Schenk es jemand anderem, rief sie Rashid über die Schulter hinweg zu. Ja, schenk es mir, dachte Nick. Was war nur los? Wieso sprach keiner über diese Päckchen, die die Runde machten? Und wieso zum Teufel hatte er noch keins davon? Er war doch sonst immer auf dem Laufenden. Nick beobachtete Rashid, der sein Päckchen in der Jackentasche verstaut hatte und den Gang entlang schlurfte. Nun steuerte er auf Bryn zu, die sich eben von einer Freundin verabschiedete. Er sprach sie an, er zog das Päckchen aus der Tasche. Wohin starrst du denn so verträumt? Eine Hand patschte kräftig auf Nicks Schulter. Jamie. Wie war die grauenvolle Chemiestunde? Grauenvoll, mummelte Nick. Was dachtest du? Ich wollte es nur aus erster Hand hören. Ein paar Leute waren mitten im Korridor stehen geblieben und versperrten den Blick auf Bryn und Rashid. Nick ging näher, doch da war die Transaktion schon gelaufen. Rashid machte sich in seinem typischen schleppenden Gang davon und auch Bryn verschwand um die nächste Ecke. Mist, fluchte Nick. Was ist denn los? Ach, irgendwas ist im Busch. Letztens hat Colin Jerome etwas zugesteckt und sie haben unheimlich geheimnisvoll getan. Eben hat Rashid es bei Emily versucht, aber die hat ihn abblitzen lassen. Also hat er Bryn angequatscht. Er fuhr sich mit der Hand über das zurückgebundene Haar. Den Rest habe ich verpasst. Ich wüsste zu gern, worum es da geht. CDs, sagte Jamie nüchtern. Irgendwelche Raubkopien, schätze ich. Ich habe heute schon zweimal gesehen, wie jemand einen anderen in die Ecke gezerrt und ihm eine CD aufgeschwatzt hat. Ist doch egal, oder? CDs? Das würde auch zu dem Format von Rashids Päckchen passen. Eine Raubkopie, die von Hand zu Hand ging. Vielleicht Musik, die auf dem Index stand. Dann wäre es kein Wunder, dass Emily nichts davon hatte wissen wollen. Ja, das war möglich. Der Gedanke besänftigte Nix Neugier ein wenig. Allerdings, wenn es nur eine CD war, warum hörte man dann nichts darüber? Das letzte Mal, als ein verbotener Film die Runde gemacht hatte, war eher Tagesgespräch gewesen. Wer ihn schon gesehen hatte, erging sich in so ausschweifenden Schilderungen, während die anderen neiderfüllt lauschten. Aber jetzt? Als würde stille Post gespielt, als würde eine geheime Parole die Runde machen. Die Eingeweihten schwiegen, flüsterten, sonderten sich ab. Nachdenklich schlug Nick den Weg zur Englischklasse ein. Die folgende Stunde war ziemlich langweilig. Er hing seinen Gedanken nach, und so merkte er erst nach 20 Minuten Unterricht, dass nicht nur Colin, sondern auch Jerome heute fehlten. Warmes Herbstlicht fiel auf Nix' Schreibtisch und färbte das Chaos aus Büchern, Heften und zerknitterten Arbeitsblättern golden. Der Englisch-Essay, über dem Nix seit einer halben Stunde brütete, war gerade mal drei Sätze lang. Dafür war der Seitenrand übersät mit Kringeln, Blitzen und Wellenlinien. Mist, er konnte sich einfach nicht konzentrieren. Ständig gerieten seine Gedanken auf Abwege. In der Küche hörte er Mom Rumoren und den Radiosender wechseln. Whitney Houston sang I Will Always Love You. Womit hatte er das eigentlich verdient? Er pfefferte seinen Stift auf den Schreibtisch, sprang auf und knallte die Tür zu. So ging es nicht weiter, er bekam einfach diese CD nicht aus dem Kopf. Wieso hatte er noch keine davon, und wieso erzählte ihm niemand etwas darüber? Wieder einmal versuchte er Colin anzurufen, doch der hob Überraschung nicht ab. Nick hinterließ ihm ein paar grobe Worte auf der Mailbox, scrollte weiter bis zu Jeromes Nummer und drückte auf Wählen. Das Freizeichen ertönte einmal, zweimal, dreimal, dann wurde die Verbindung weggedrückt. Verdammt nochmal! Nick atmete tief durch. Das war doch lächerlich! Er setzte zu einer schwungvollen Bewegung an, mit der er sein Handy in den Rucksack schleudern wollte, hielt aber plötzlich inne. Eine Idee kitzelte ihn mit federleichten Flügeln. Er hatte auch Emilies Nummer hier eingespeichert. Bevor ihm zu viele Gründe einfallen konnten, warum er es besser nicht tun sollte, hatte er schon gewählt. Wieder drang das Freizeichen an sein Ohr. Einmal, zweimal, Hallo? Emily, ähm, ich bin's, Nick. Ich, äh, ich wollte dich nur was fragen. Es, es geht um heute, äh, in der Schule. Er kniff die Augen zusammen, atmete durch. Wegen der Chemiearbeit? Nein, ähm, ich hab zufällig gesehen, dass Rashid dir was geben wollte. Kannst du mir sagen, was das war? Es dauerte einige Sekunden, bis Emily antwortete. Wieso? Naja, es ist, weil ein paar Leute benehmen sich komisch in letzter Zeit. Es fehlen auch sehr viele in der Schule. Ist dir das schon aufgefallen? Na also, endlich bekam er ganze Sätze raus. Und ich glaube, es hat etwas mit diesen Dingern zu tun, die die Runde machen. Darum, du verstehst schon, ich würde gern wissen, worum es da geht. Weiß ich's selber nicht. Hat Rashid dir nix darüber gesagt? Nein, er hat mich ausgefragt, wollte Dinge über meine Familie wissen, die ihn überhaupt nichts angehen, ob sie mir viele Freiheiten lassen und so. Sie lachte kurz und freudlos auf. Und ob ich einen eigenen Computer hab? Aha. Nick mühte sich vergeblich, aus diesen Informationen schlau zu werden. Hat er gesagt, wozu du den Computer brauchen würdest? Nein. Er sagte nur, dass er mir etwas ganz Einmaliges geben würde, besser als alles, was mir bisher untergekommen ist. Und dass ich es mir allein ansehen soll. Emilys Tonfall war deutlich zu entnehmen, was sie von der Sache hielt. Er war ziemlich hektisch und aufdringlich. Aber das hast du ja gesehen. Der letzte Satz klang schnippisch. Nick fühlte, wie er errötete. Habe ich, sagte er. Eine Pause trat ein. Was denkst du, was es ist? Fragte Emily schließlich. Keine Ahnung, ich werde Colin fragen, wenn er wieder in der Schule ist. Oder, ich meine, vielleicht hast du eine bessere Idee. Es blieb still in der Leitung. Nein, sagte Emily dann. Ehrlich gesagt, ich habe mir darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht. Vor seinem nächsten Satz holte Nick Tiefluft. Möchtest du es wissen, falls ich was rausfinde? Nur, nur wenn es dich interessiert, natürlich. Ja, sicher, sagte Emily. Klar. Nur, jetzt muss ich aufhören. Ich habe noch zu tun. Nach dem Gespräch war der Tag für Nick gerettet. Colin konnte ihn mal kreuzweise. Er hatte einen Draht zu Emily gefunden. Und er hatte einen Vorwand, um sich nochmal bei ihr zu melden. Sobald er mehr wusste. Colin war wieder da. Als wäre nichts gewesen, lehnte er an seinem Spind, grinste Nick ins Gesicht und warf seine Dreadlocks über die Schultern. Ich hatte die Halsentzündung meines Lebens, sagte er und deutete auf seinen Schal. Da war auch nichts mit Telefonieren. Totale Heiserkeit. Nick suchte nach der Lüge in Collins Gesicht, doch er wurde nicht fündig. Bethany ist ausgeflippt wie noch nie, sagte er. Warum hast du dich nicht krank gemeldet? Ach, mir ging's echt dreckig. Der Alte soll sich mal nicht so haben. Nick wählte seine nächsten Worte mit Vorsicht. Muss echt ansteckend sein, deine Krankheit. Vorgestern waren wir nur acht Leute. Ein absoluter Minusrekord. Wenn Colin erstaunt war, zeigte er es nicht. Kann doch vorkommen. Jerome hat auch gefehlt. Es war nur ein winziges Zucken seiner Augenlider, das Collins plötzlich gewecktes Interesse verriet. Sofort hakte Nick nach. Apropos Jerome, sag mal, was war das, was du ihm letztens gegeben hast? Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Das neue Album von Linkin Park. Sorry, ich weiß, dir soll ich es auch kopieren. Kriegst es bis morgen, okay? Damit knallte er seine Spintür zu, klemmte sich die Mathebücher unter den Armen und sah Nick auffordernd an. Na, können wir? Mit einem Ruck schüttelte Nick die Starre ab, in die Collins' Erklärung ihn versetzt hatte. Linkin Park. Bildete er sich all den Verschwörungskram nur ein? Was, wenn seine Fantasie ihm einen Streich spielte und eine Grippewelle die Ursache für die fehlenden Schüler war? So viele waren es bei näherer Betrachtung eigentlich gar nicht. Nick zählte schnell durch, als er kurz vor dem Leuten die Klasse betrat. Häkelschwester 2 fehlte, außerdem Jerome, Helen und der stille Greg. Die anderen lümmelten mehr oder minder verschlafen in den Bänken rum. Okay, dachte Nick. Dann habe ich mir das eben alles eingebildet. Kein großes Geheimnis. Nur Lincoln Park. Er grinste über sich selbst und drehte sich zu Colin, um ihm Bethanys gestrigen Wutanfall zu schildern. Doch Colin betrachtete ihn nicht. Er sah konzentriert zu Dan hinüber, der an seinem Stammplatz beim Fenster stand. Dan hielt halb von seinem Buch verdeckt vier Finger hoch. Colin hob anerkennend die Augenbrauen und streckte drei Finger aus. Nicks Blick schoss zwischen den beiden hin und her. Doch bevor sich eine Möglichkeit ergab, Colin zu fragen, was hinter diesen Fingerzeichen steckte, betrat Mr. Fornery die Klasse. Er schlug ihnen eine Stunde lang derart heftige mathematische Probleme um die Ohren, dass Nick am Ende keine Zeit mehr hatte, an so simple Dinge wie drei oder vier ausgestreckte Finger zu denken. Also, ich habe ihn mit so vielen Augenbrauen.